So, liebe Zuschauer, ich grüße Sie nochmals am Nachmittag vom 10. April, Freitagnachmittag. Wir nähren uns mehr und mehr dem Wochenende und dies bescherte uns bzw. vielmehr dem deutschen Leitindex, dem DAX, hier ein wahres Freudenfest, deutlich über 1,3% zieht er an und die Prognose des Morgens, dass der DAX hier tatsächlich drauf und dran sein könnte, die Marke hier von 12.400 Punkten zu touchieren, ja, setzte sich um. Schauen wir uns hier die 24-Stunden-GFD-Indikation an. Wir sehen die Annahme des heutigen Morgens, dass es hier unter Umständen sogar mit Touch dieser oberen kurzfristigen Aufwärts-Trendkanallinie im Stundenschart zu einem kleinen Rücksetzer kommen könnte. Ja, die blieb aus, der DAX zieht bzw. zog hier vielmehr direkt weiter an, um eben hier knapp vor der Marke von 12.400 Punkten zu scheitern. Das Resistant Level 3 des Wochen-Pivot-Punktes bei 12.438 Punkten blieb, also unerreicht. Man darf gespannt sein, ob, wenn es denn dazu kommt, dass die Amerikaner jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, also doch wieder ein Stück weit anziehen, der DAX dann hier nachbörslich, wie auch häufig schon gesehen, hier nochmal eine Schippe drauflegt. Also nach dem Xetra-Schluss nach 17.30 haben wir ja noch einen nachbörslich-außerbörslichen Handel, der den DAX dann vielleicht tatsächlich noch, wenn die Amerikaner hier noch eine Wochenabschluss-Rallye hinlegen sollten, bis in den Bereich eben von 12.438 Punkte führen dürfte. Der DAX bleibt also weiter im Bullenrausch und man darf, und das sagte ich ja heute auch schon während der Sendung vom Vormittag mit der Annahme eben, dass wir hier weiter nach oben rausziehen, dass es hier unverändert bullisch bleibt, die Situation, gerade wenn wir uns jetzt dann auch während des nachbörslichen Handels hier oberhalb von 12.350, 12.300 Punkten halten können. Sieht das für die kommende Woche gut aus, dass wir dann spätestens das Level von 12.400 Plus Punkten ansteuern dürften. Mit Blick auf die kurzfristigen Geschehnisse wären dann hier erst wieder größere Rücksetzer-Tendenzen hier unterhalb von 12.300 und 12.280 Punkten eben zu erwarten. Doch Sie sehen auch schon hier, die Unterstützungsbereiche stehen schon gewähr bei Fuß. Einerseits hier dieses Level des früheren Allzeithochs im Bereich 12.220 Punkte. Da hatten wir auch hier während der gestrigen Abendsession schon mal ein Touch dieses Levels. Das ist jetzt hier definitiv eine Marke, in der der Markt, wenn er denn bis dahin überhaupt zurückfallen sollte, sich wieder stabilisieren könnte. Deswegen legen wir hier einfach mal eine Supportzone rein, grüner Natur. Und das wäre im Prinzip eine Chance für einen Haltepunkt, wenn der DAX zurückfällt. Ansonsten bleibt hier oberhalb eben, wie gesagt, nach 12.350, 12.300 Punkten eine unmittelbare weitere Aufwertung in Richtung 12.400 Plus möglich. An die genauen Ziele werden wir dann anhand der Wochenpivot-Punkte des kommenden oder der kommenden Woche viel mehr ableiten. Dann auch den Trendkanal sicherlich ein Stück weit aktualisieren, um dann sozusagen die neuen Ziele auf der Oberseite zu definieren. Es ist fast schon, ja, täglich grüßt das Murmeltier. Man orientiert sich hier mehr oder weniger nur noch nach oben. Und hier unlängst eben die gesehene Konsolidierung, die ja auch hier präferiert wurde im Sinne eines Ausbruchs über 12.110 Punkten, war im Prinzip das kleinste Übel im Sinne Konsolidierung-Rücksetzer. Und wenn das sich so weiter fortsetzt, dann ist der DAX tatsächlich schneller als erwartet bei 12.800. 13.000 Punkten, keine Frage. Es wird in der nächsten Woche dazu auch nochmal eine ganz große DAX-Beschau geben. Da reden wir dann über DAX-Dimensionen, die dann deutlich höher im fünfstelligen Bereich liegen. Das aber dann zur gegebenen Zeit mehr zur späteren Zeit eben. So, DAX wäre im Prinzip durch. Der DAX, wie gesagt, jetzt hier noch eine gute Stunde im Handel. Ob es jetzt hier nochmal für neue Höchststände reicht, bleibt mal abzuwarten. Die Amerikaner sind ja, wie gerade schon gesagt, ein Stück weit angezählt. Also da kommt hier gerade nichts so recht auf. Wir sehen hier unten in dieser Heatmap S&P leicht im Plus, Dow Jones leicht im Plus, Nasdaq hier nahezu neutral. Also nicht so wirklich überzeugend. Und wenn wir nach Amerika schauen, wollen wir uns natürlich den breiten S&P 500 anschauen. Hier zunächst auch im Stundenchartintervall mit dem Impulsen der letzten Zeit, die ja relativ gut eingefangen werden konnten. Wir sind hier innerhalb des Aufwärts-Trendkanals, haben jetzt das Level von 2085 Punkten, was hier als Widerstand definiert wurde. Sie sehen, die roten Pfeile, Sie sehen, diese Red Zone überwunden. Gestern schon, klar, deswegen jetzt eine Unterstützungszone. Sind nunmehr an einem Level angekommen, 2090. Sie sehen, wir arbeiten hier Schritt für Schritt hoch. Aber wenn wir den Chart zurückscrollen, sehen wir auch, warum. Wir haben hier im Bereich 2091 Punkte, 2092 eine Zone, die eben durchaus Relevanz hat. Und über der, wenn wir uns stabilisieren, hat der Index sehr, sehr gute Chancen, weiter nach oben anzuziehen. Wir sind marginal im Plus. Neues Tageshoch könnte hier sogar, wenn es eine Abschlussrallye gibt, hier sogar Richtung 12.000, äh, 1.000, ach, nochmal, 2.105 Punkte führen. Jetzt haben wir es. Genau das wäre im Prinzip auch für heute und auch für die kommende Woche das nächste kurzfristige Ziel-Level, wenn der S&P hier oberhalb von 2090, 2.091 Punkten bleibt. Da lässt sich auch gleich Plan B einzeichnen. Wenn das nämlich nicht tut, hätten wir hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrend, den wir bereits am Vortag schon mal gefährlich touchierten. Wenn wir den unterschreiten, dann muss man von 2085 Schrägstrich sicherlich nochmal von einem Lauf von 2075 ausgehen. Das ist aber aktuell gestrichelt. Plan B sieht vielmehr so aus, als dürften wir uns weiter nach oben orientieren. Kritischer wäre es dann ganz klar unter 2070. Deswegen hier der graue Pfeil für den Fall, dass die Talfahrt gen Süden doch an Fahrt gewinnt. Aber nach oben, das bleibt das Präferierte, machen wir auch hier gleich nochmal ein Copy-Paste, sieht es eher so aus, als würden wir innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals schön nach oben laufen und ganz, ganz spannend und wichtig hier das Level von 2105 Punkten. Deswegen gehen wir jetzt hier auch mal an den Tagesschart. DAX-Tagesschart hatten wir heute Morgen schon besprochen. S&P-Tagesschart steht noch aus. Wir haben hier, wenn wir den Chart uns anschauen, eben das markante Level 2100, 2105. Da sollten wir jetzt schon drüber gehen. Hier dieses präferierte Szenario kurzfristig, dass wir uns nach oben orientieren können, ist zur Wahrheit geworden. Was wir jetzt machen, ist diese Abwärtstrendlinie mal ein Stück weit anpassen. Können wir auch jetzt hierher gehen und uns an einem Kanal versuchen, das eigentlich auch relativ gut glückt. Und insofern wird es dann hier spannend, oberhalb von 2105, ob wir uns dann rausschrauben können über die Hochs. Das ist ganz entscheidend hier von März, Mitte, Ende März. Ganz entscheidendes Level 2115. Da müssen wir rüber. Und wenn es über 2115 geht, dann haben wir hier sicherlich weiteren Aufwärtsdruck im Markt. Und das wäre definitiv das, was die Bullen weiter sehen wollen. Andernfalls Plan B. Wir scheitern hier bei 2105 und der Markt konsolidiert doch nochmal in der kommenden Woche stärker zurück. Dagegen sprechen die saisonalen Stats. Das ist ganz klar. Jetzt haben wir hier kurz WTI auf der Uhr. Dazu gibt es gleich nochmal einen Kurzcheck im Stream. Lassen Sie sich überraschen. WTI. Jetzt wollte ich aber den S&P 500 mal in der Saisonalität während der letzten 40 Tage aufzeigen. Und da sehen wir hier sehr schön kurzfristig vielleicht nochmal einen kleinen Rücksetzer. Aber dann bis Ende April über den Mai hinaus eine sehr, sehr bullische Tendenz. Und das ist die Saisonalität, die neben den grundsätzlich fundamentalen Rahmenbedingungen die Märkte hier durchaus weiter beflügeln könnte. Und in dem Zusammenhang habe ich das Wort vom Freitag gesprochen. Heute Webinar gehabt, Gottmau-TV-Sendung, JFD Live-Trading-TV-Sendung. Ich denke, Sie haben auch schon genug von mir gehört. Deswegen Entspannung am Wochenende Sonne tanken ist angesagt. Ich wünsche Ihnen vorab ein schönes Wochenende. Dahingehend, wenn Sie mögen, hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Oder sehen uns gegebenenfalls am Samstag auf der Invest in Stuttgart. Ich sage erst mal jetzt von der Ferne durch den Äther ein schönes Wochenende. Und wenn Sie mögen, hören wir uns wieder. Später noch einige Checks. Bis dahin, ciao dabei, Ihr Christian Kemmerer. Bis dahin. Jetzt уб